Na, läuft schon. Schärfe ihn mal um. Ja, nein, nein. Lass es, lass es. Ah, und da sieht man auch den Buller schon. Ja, der ist doch 6 zu 9, jetzt wäre es natürlich geschnitten. Aber ich müsste ein bisschen zurückzoomen, wenn man das so hat. Ja, aber unten rum ist jetzt komplett abgeschnitten. Das heißt, wenn jemand jetzt nicht genau die Mitte... Wie heißt das? Zwei. Teleskop zwei. Das siehst du nicht. Die zwei. Ja, ja, ja. Hier siehst du gar nichts. Nein, nein. Okay, und wenn wir jetzt... Okay, das reicht. Da draufdruckt, bewegt sich alles. Ja, aber die Geschichte ist die... Beim Architekt muss darauf achten. Es wird auf einen Turm gemacht. Im Sommer wird dieser Turm... Ich weiß nicht, wie die Luftung wird. Drinnen wird warm sein, draußen kalt. Wenn es irgendwo einen Temperaturunterschied gibt, das macht die Naturkoll entfernt. Und das verschleftet das Bild enorm. Okay. Also da muss man wirklich aufpassen, dass irgendwelcher Luftzug oder... Oder... Aber könnten wir da jetzt zum Beispiel noch ranzoomen? Da brauche ich eine andere... Zoomen kann man nur mit dieser. Und andere Okulär kann ich nehmen. Und wenn wir... Wenn wir... Wenn wir zoomen... Probier das. Dann versteht sie die Schärfe. Naja, dürfte nicht. Aber die können wir ja... Ich will das probieren. Okay, probier mal. Ah ja, bleibt gleich. Dann wird aber... Dann wird aber der... Moment, bleiben wir so. Ja. Wenn wir uns noch mal... Die Datei sind dort. Das ist da, ja. Super. Das ist schön. Ich würde sagen, wir gehen noch mal auf das... Was ist, wenn wir noch mal auf das Regal gehen? Da rüber. Probier selber mal. Das ist links, rechts. Also, ich werde es so machen. Auszoomen. Da rüber gehen. Genau. Und da jetzt nämlich... Auf das Regal. Genau. Da kann man jetzt reinzoomen, schauen, ob man die Rückendeckel lesen kann. Wir nehmen das alles auf. Ja. Oh. Na, sücht. Ja. Hint. Ah, das sieht jetzt die Bäume. Jetzt fokussiert er auf die Vorderen. Ah, ja. Ich weiß noch, was das ist. Die Bäume sind auch schön. Ja. Die sind auch gut. Der Autofokus will auf die Bäume fokussieren. Ich glaube, das sind... Plastiksackerl. Plastiksackerl, ja. Ich gehe noch ein bisschen rüber. Oh, wow. Also, es ist extrem sensibel. Ich greife jetzt nur drauf. Es ist ja jetzt auch automatischer Fokus drauf und nicht manueller Fokus. Ja. Das könnte man umstellen. Die Automatik funktioniert ganz gut, wenn man hier ein ganz klein außer dem Fokus stellt. Jetzt sind die Ränder da draußen. Ja. Obwohl, die Ränder finde ich eigentlich schick. Ich finde die auch sehr schick, ja. Ja. Und vor allem kriegt man dann nämlich, wenn man das unten am Screen sieht, auch die... Das Gefühl... Das Merde hat... Also hier sieht man schon, man hat wenig Licht. Ja. Also jetzt wäre eigentlich ein ähnlich grosses Instrument, aber mit... Bisschen dicker. Besser. Ja. 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 Ja, okay. Der hat Probleme da mit der schärfen Automatik. Ähm, Küringer, der steht jetzt immer oben auf die Autos. Siehst du, der hat umgestellt auf die Leute, die vorbeigehen. Sogar die richtige Richtung. Also es ist immer gegen... Du drehst nach rechts oder schwenk nach links. Genau, wie bei einer Großformat-Kamera. Also vom Bild her. Arbeitsplätze sichern, Wirtschaft ankurbeln. Die Schmiererei drunter. Achso, ist doch falsch. Entschuldigung. Ich dachte, ihr seht ein Graffiti oder was? Das ist die Unterschrift. Entschuldigung, sehr verehrter Doktor Josef Führinger. Ich hoffe, Sie sehen das Material nie in Ihrem Leben. Ja. Ja. Das ist nicht nur mit der Sonne 10 oder 12 Zentimeter. Und für Okularen würde ich sicher die... Das wäre das 90-12 Zentimeter, oder? Das wäre das 90-12 Zentimeter, oder? Ja. 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 Ja.